ruhen heilsrang da die neiner kommt er wieder das finde ich nicht cool jawohl komm geh einfach nur drauf bitte ich glaube der kampf könnte noch ein bisschen dauern liebe freunde bin ich jetzt auch noch vergiftet oder das ist gerade ziemlich nervig nein gegensteig ich muss das gift weghallen gegen gift weg mit dem gift von venil so der kampf der wird lange dauern und das tat verdammt weh heiltrank nein was ist das hier für ein random boss doch mal was willst du denn von mir blöde steuerung gerade oh heiltrank heiltrank das kann das kann einfach nicht wahr sein es kommt wieder omni materie und ist wieder tot oder oh kinders ey gehst du boss mir aufm senkel oh ah ähm ja ja alter schwede alter schwede analysator analysator ähm ja was machen wir jetzt ähm so mein lieber sash so was haben wir da rache kampagne damit könnte man wirklich mal starten blitzschlag intensive heilung mach dir mal dann bist du brecher ja so kann man es machen denke ich mir mal hm ja so lass ich es erstmal würde ich sagen nein wie riecht der uns denn immer hm ähm mach mach angreifen hm erstmal ein bisschen heilen ah der ist vergiftet ne Oh, ist das schön Ist natürlich die Frage, wie lange das Gift hält Der macht so viel Schaden Das kann doch nicht wahr sein Vanille ist schon fast wieder tot Nein Oh, oh Au, au, au Wache, Kampagne Nein Grüne Front Heil dich Nein, Vanille ist auch noch vergiftet Nein, das ist weg Also gerade mache ich hier eine Scheiße, das ist jenseits von gut und böse So Nein Nein, nein Ich muss ihn nochmal auf Schock bringen Hui Bringt ihn auf Schock So Heil uns nochmal hoch, bitte Liebe Vanille Wache Kampagne Nein Grüne Front Oh, das Gift, das hilft mir auf jeden Fall echt geil Nein, bitte Kill Vanille nicht Ja Ich muss mir auf jeden Fall noch ein paar Paradigmen überlegen Oh Nein Ähm Mitheilen Heil dich, Vanille Ja Ja, er ist, ne, er ist nicht in Schock Zu früh gefreut So Omnimaterie Da ist er wieder Komm schon Jawohl Oh, Kinders Das war wieder so ein Buff-Battle Wow Mission erfüllt Hi, der Witzker Das war jetzt wieder was Auf das ich gerne hätte verzichten können Oh nein Ich werde hier einfach nur durchgereicht Ich sahrt euch Penang Penang Galan Ebene 6 Das heißt, wir müssen wieder hoch Höret ihr, die Ihr euch der Gegenwart stellt Ist euer Weg versperrt, so suchet uns Meine Kräfte sind entschwunden Geraubt von einem Galanen irgendwas Findet und strafet ihn Erlöset uns Drei Hüter auf den Oberen Ebenen So soll der Weg frei sein Ich will nicht Lass mich in Ruhe Du bist böse Jans, jans böse Ich müsste nochmal meine Knarren weiterentwickeln Von Sash Apropos Ich muss mal gerade hier Manuell Heiler Augmentor Das hätte ich vielleicht Da oben machen sollen Na, egal Egal, belassen wir es mal dabei Der ist ganz oben Ganz oben, liebe Freunde Tabs, 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 Tabs Nochmal schön ein bisschen Modifizieren So, wo haben wir denn? Die Prokion Kummatränen Die bringen nicht wirklich viel Die Kristallträne Nicht so viel Wie erhofft Naja, egal Dann speichern wir das Ganze mal Nicht so schnell Nicht so schnell Ja, gegen dich kämpfe ich aber nicht Du Nosferatu, du La, 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 la Ja Geschafft Safe Oh nein, da hinten Bei all den Feinden Ist das dein Ernst? Oh nein, Moment, Moment Oh, nein Ich hab grad keine Lust auf euch Ui Ich, auch nicht auf euch Hab ich vielleicht meine Beschwörung? Nein Aua Entschuldigung Au, au, au Ah, au Alter, alter Drakonische Liga Alter Lightning Ja, natürlich Nein Oh Alter Ich bin überfordert Ich bin überfordert Definitiv Heilen Ich bin sowas von überfordert Ja Natürlich Wir hauen ein Dutzend Mal auf dich ein Ja Ähm Ja, komm Kill mich Was zum Teufel Was zum Teufel Das kann doch nicht wahr sein Gilt mich doch bitte Was Was zum Teufel Alter Alter Schwede Houston Houston, wir haben da gerade ein dickes Problem Nein Ich will nicht Nein Lass mich doch erstmal Irgendwas planen Nein Lass mich doch erstmal was planen, bitte Oh Okay Ähm Wartet mal Wartet mal Wartet mal Wartet mal Ähm Himm Tsch Tsch ma Making aja Strah Naja Drive Temik Von Entschlafen Tum 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 Brecher, Verheerer, Verheerer, machen wir das so.